Dann nehm ich's halt heute mal. Das geht's jetzt auch schon, dann hat er es. Was sind die zwei? Jetzt nehm ich mir auch noch mit. Ja was, wir lernen jetzt mal, sind jetzt schwul werden, oder? Jetzt bist du schon über die Schuhe. Ja, sind jetzt schwul werden. Da, da musst du das eigentlich sagen. Ich steh auf nur Felsenkreise. Hallo Kamera. 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 Sollen wir die markieren? Kamera ist scheiße, oder? Scheiße, gell? Scheiße, Roller. Was ist das? Kennst du nicht? Das ist das... Facebook. 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 Wie heißt denn da? Das ist auch nicht da, da kann man so schreiben. Da kann man schreiben und chatten. Und wie? E-Mail, oder was? Ja genau. E-Mail. Das ist fast gleich wie E-Mail, nur halt SMS. Jedes Tag sind die Leute. Du schreibst und dann siehst es gleich. Ich sieh's so. E-Mail. Ich kann ja auch da schicken, mein Handy liegt am Bumarallo. Ja, wo ist das? Ja, wo ist das? Ein bisschen mitdenken.